Okay, gehen wir zusammen mit die Prospekte. Es ist etwas kalt. Die meisten haben von euch gestern schon Prospekte gekriegt. Ich habe sie mir mal heigekriegt. Ich habe es euch eh schon gestern gesagt. Leider wieder nichts dabei gewesen, aber jetzt. Okay, zwei Teile. Fangen wir an mit dem Wachsumarkt. Ah ja, übrigens, ich bin heute schon angerufen worden. Und dann hat es geheißen, du, geil hast du das schon gesehen, jetzt bin ich jetzt wieder im Angebot. Ja, 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 ja. Also, schauen wir noch, was los ist. Wie gesagt, Bier ist ein Angebot, tatsächlich, da gleich auf der ersten Seite, minus 25 Prozent. Das Zipferbier, ich tue mir jetzt ehrlich gesagt, ein bisschen schwer. Oh, das ist was rausgefallen. Ohne Tisch. Aber, oh, gültig vom Freitag, 25. bis Donnerstag, 1.5. Minus 25 Prozent, das können wir von Billa und vom Spa. In allen Maximärkten. Aufheben, gleich ins Auto einlegen. Ich seh, warte schon, da sind meine Billa-Aufkleber herinnen. Ja, ich habe es auch im Auto liegen. Also Billa, äh, Maximärkt, wäre jetzt mit mir ein bisschen weiter weg, aber legen muss man ein, oder? Weil man weiß ja nie, ob man nicht zufällig vorbeifährt. Danke.